Hallo meine sehr verehrten Zuschauer, hier Ralf in IP auf einem Hunger Games Server. Ja, jetzt denkt euch, Mensch, was macht denn der Ralfi da auf einem Hunger Games Server? Ich hatte gestern mit dem guten Game Executor Hunger Games gespielt und es hat mich wieder so gefesselt, dass ich mir dachte, Mensch, ich muss mal wieder aufnehmen. Das Ganze geht jetzt in der Minute los, ist gerade Sonntagfrüh um kurz nach neun, deswegen ist ja noch nicht die Hölle los, was mir aber auch ganz gut taugt. Das heißt, ihr werdet sehen, wie ich hier mal Hunger Games spiele. Habe ich so noch nie aufgenommen, eigentlich sehr viel Survival Games und auch nicht alleine. Das wird jetzt der Fall sein, ich bin übrigens Crafter, als Klasse habe ich ausgewählt. Hier sieht man es, du bist ein Crafter, ja, das bin ich. Noch 20 Sekunden, T-10, 9, 8, 7, 6. Tiefer kann ich nicht mehr runter, deswegen sage ich mal 3, genau, 2, 1. Ab geht die Post, meine Damen und Herren. Oh, warum stehe ich denn auf dem Baum? Puh, ich glaube, man steht immer auf dem Baum, nur, äh, komme ich hier irgendwo runter, ohne irgendwie krass abzukracken gleich. Mann. Dann springen wir halt drauf. Jopp, das haben wir geschafft und hier, okay. Wir hacken mal ein paar, ne, Holz brauche ich. Und dann schauen wir auch gleich mal, wenn wir hier das Holz geerntet haben, ich nehme mal so 10 Stacks mit, das sollte eigentlich reichen. Jetzt haben wir hier 4, 5, 6. Ein Haus baue ich nicht, ich suche mir gleich eine Höhle für Kohle und eben auch Gravel, Gravel sag ich schon, Cobblestone, um mir halt dann aus Steingegenstände zu craften. Oder oben auf dem Baum hüpft einer rum, der bewegt sich aber nicht, wie ihr seht. So, ich habe 12, das sollte reichen, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Race Minimap, so ein bisschen Cheater mäßig unterwegs. Komm, Kuh, stirb, ich will dein Fleisch. Und dein Leder will ich auch, genau. Komm, die nächste Kuh. Oh, ich muss ja auch was zu essen, wie ihr hier mitnehmen. Ah, wie, es gab kein Schweinefleisch, äh, kein Schweinefleisch von der Kuh, natürlich. Was für ein Blödsinn. Es gab kein Fleisch. Ich sollte mal aufhören zu rennen, das mache ich nur viel zu gerne. So. Also ich glaube, jetzt hier am Anfang haben wir auch die, oh, das ist eine Kuh, super. Haben wir die Möglichkeit, uns nicht gegenseitig zu töten. Was hängt denn da im Busch rum, seht ihr das? Ist das hier eine Höhle? Warum ist es hier so dunkel? What the fuck? Ah, so, oh, sorry. Leute, ich muss mal ganz kurz, die Helligkeit habe ich gestern auf, wo ist denn Helligkeit? Äh, Grafikeitsstellung düster gestellt. Mein Fehler, sorry, muss ich gleich wieder ändern. Waren wir gestern auf dem Server von Funville EU, gucken wir die kurze Falle angesperrt. Ähm, ja, so ein Freak ausgespielt haben und da sollte es dunkel sein, sonst, ähm, ja, erschrickt man nicht. Und es hat auf jeden Fall seinen Plan nicht verfehlt. Ich bin gut erschrocken. So. Äh, okay, hier war auch schon einer, so wie es ausschaut. Was mache ich denn da? Ich will doch eine Höhle suchen. Und die Höhle war doch da unten, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest sah es doch gerade so aus, da war es so dunkel. Wow, noch eine Kuh. Okay, jetzt habe ich schon einen Haufen Leder und viel zu essen, aber trotzdem bringt mich das jetzt nicht wirklich. weiter. So, mal kurz schauen hier. Okay, wir schauen mal da rein. Ich glaube, ich grabe mich jetzt einfach mal hier rein. Okay, noch 45 Sekunden ist die Unverwundbarkeit aktiv, ihr seht's. Ich sollte vielleicht hier mal ein bisschen Dirt abbauen. Sieht ja keiner. So. Wir bauen uns dann einfach mal hier rein. So, so, so. Fakten habe ich jetzt natürlich keine, was total ätzend ist. Dann sehe ich nichts. Noch 10 Sekunden. Okay, wenn ich jetzt keine Fakten habe, dann tut mir das wirklich auch leid für euch, weil ihr genauso wenig seht wie ich. Weil, naja. Gut, ich glaube, ich werde schon was sehen, aber so, schnell Dirt hier. Den Kompass brauche ich jetzt gerade mal nicht. Packen wir mal hier drauf, das Ganze. So, alles klar. Wow. Ich sehe halt wirklich gar nichts mehr. Seht ihr noch was? Scheiße. Ja, das war natürlich jetzt hier auch mit Helligkeit hoch irgendwie. Ich kriege ja natürlich mal mit, ob ich wohl hier nicht grabe hier gerade, was echt ein bisschen beschissen ist. Ne, so kann ich nicht spielen, Leute. So kann ich nicht spielen. Dann muss ich doch glatt hier wieder eins aufmachen. Das hilft nichts. Oh, geil. Da. Sonst sehe ich halt gar nichts mehr, ja. Und das ist nicht gut. So, ich hoffe, ich stoße jetzt ganz schnell auf Kohle. Damit ich den Eingang zumachen kann und hier ja, eben auch ja, auch gleich was Besseres. Wobei, ich könnte ja jetzt schnell Steinachs craften, ne. Das wäre nicht verkehrt. So, packen wir mal hier eins rein. Und dann, äh, nehmen wir gleich vier Sticks, nehmen wir gleich acht Sticks. Warum auch nicht. So. Ich habe schnell eine Steinachs draus gebastelt. Halt machen wir mal zwei. Ich brauche bestimmt noch mehr davon, solange ich hier noch länger überlebe. Natürlich die Voraussetzung für das Ganze. So. Geht auch viel zügiger, wie ihr seht. Ich fahre es jetzt nur, komme ich hier weiter mit meiner Steinachs. Fände ich hier irgendwo Kohle. Wäre mir jetzt sehr wichtig. Ich meine, ich könnte auch noch ein Steinschwert craften, man weiß ja nie. Nicht wahr. Falls irgendein Arsch um die Ecke kommt, dann meint, der muss mich angreifen. Nehmen wir mal lieber mit. Wir graben hier mal ein bisschen am Anfang, am Anfang, am Eingang weiter. Weil eben Licht. Aber hier scheint nirgendwo Kohle zu sein. So müssen wir hier am Anfang graben uns mal hier stripe-mäßig rein. Ich hoffe, ich finde hier eine A da, aber es ist so unglaublich dunkel hier auch bei mir im Zimmer. Ich sehe irgendwie gerade gar nichts. Das ist voll scheiße. In die Richtung möchte ich nicht graben, weil... Zwei Blöcke... Okay. Weil, ähm... Da ist Wasser, war. Dumtidum. Ich grabe jetzt einfach mal hier blind vor mich hin. Das wird meinem Video beim Rennern Spaß machen, weil es einfach nichts zu Rennen gibt. What the fuck? Was ist gerade passiert? Was war das denn? Hä? War ein lustiger Sound, aber woher kam der? Habe ich hier irgendwas im Hintergrund an, was ich nicht weiß? Keine Ahnung, ey. Oh, Erde. Ah, ist es Kohle hier? Ja, es ist Kohle. Ja, ich hab Kohle, Leute. Ich hab Kohle. Ich hab Kohle. Gleich mal ne Fackel bauen und da vorne die Tür zumachen. Ich habe Kohle, Kohle, Kohle. 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 So. Zu die Tür hier. Na. Danke. Da möchte ich doch kein Dirtblock hinbauen. Okay. Wir bauen uns Fackeln. Verbandern wir gleich alle hier in Fackeln. So. Das Ganze, wo ich sehe. Wartet, Achtung, macht jetzt hier gleich was. Da. Yay. Wir sehen was. Okay, hier war auf jeden Fall Kohle. Schauen wir mal, ob es gegenüber auch weitergeht. Es war jetzt nicht wirklich viel Kohle, aber es reicht auf jeden Fall, um hier ein bisschen Licht reinzubringen. Okay, da ist nix. Gravel. Ey, warum finde ich nix mehr? Scheiße da. So, wir graben uns mal weiter runter. Packen da wieder eine Fackel hin. Und graben und graben und graben und graben. Ja, genau. War nur Creeper hier neben mir irgendwo. Ich bräuchte jetzt mal Eisen. Wow, eine Höhle. Fuck yeah. Eine Höhle. Ich hab eine Höhle gefunden. Einwandfrei. Okay. Töten, 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 töten. Komm, geht drauf. Du auch, scheiß Skelett. Na, also geht doch. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt mir keiner hinterher. Das ist saugeil, dass ich eine Höhle gefunden habe. Hier sollte ich definitiv gleich auf ein bisschen Eisen stoßen. Und ich glaube, mehr Kohle brauche ich gerade mal abbauen. Ich suche jetzt erstmal Eisen. Oh, ne, ich dachte schon, die wäre vorbei, die Höhle. Ah, hier, Achtung und plopp. Na, da, Fackel hin. Okay, mehr Kohle. Wow, hier geht es aber ordentlich runter. Ah, Eisen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Gleich mal ein Öfchen bauen hier. Mit Kohle befeuern. Und das Erd daraus zu brennen. Ja, das scheint ganz gut zu laufen gerade hier. Ich habe irgendwie auch noch keine Gegner um mich rum gesehen. Was sehr gut ist, sollte ich gleich mal auf den Kompass gucken. Wobei ich gerade viel zu geil brenne auf die... Auf das Eisen hier. Scheiß auf den Kompass. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter runter in die Höhle. Dann sollte ich meine Ruhe haben. Hoffe ich zumindest. Okay, ist hier ein Dead End. Wunderbar, dann können wir hier mal den Ofen hinbauen. Äh, äh, shit. Jetzt habe ich meinen Crafting-Tail wieder umgelassen, ich Idiot. Ähm, ich habe auch kein Holz mehr, was jetzt irgendwie bescheuert ist. Gut, den Crafting-Tail, das werde ich verkraften, dass ich den da oben stehen darf lassen. So, dann packen wir den nochmal rein. Naja, aber man schafft es ja gut. Ich habe ein Crafting-Tail gebaut. Ich bin auch so stolz auf mich. Dann bauen wir mal hier den Ofen. Aber jetzt ist ja genug Stein hier. War kein Thema. Dann da hinpacken. Rein mit dem Erz. Und rein mit der Kohle. So. Das läuft schon mal, das ist gut. Hier oben. Fallen baue ich jetzt irgendwie keine oder so. Ich baue jetzt einfach mal hier weiter in den Berg rein. Hoffe, dass ich noch irgendwas cooles finde. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen ich jetzt... Oh, ich diesen Gravel immer hasse. Gehen wir mal in die andere Richtung. Der ist gerade danach. Auf jeden Fall Rüstung brauche ich auch. Und zuerst habe ich auch was. Das ist geil. Dieses neuen Fleisch. Oh, neuen Fleisch. Das ist schon mal super nice. Muss ich sagen. Hier haben wir schon mal drei. Das ist gut. So, dann bauen wir uns mal das Schwert. Rein zur Verteidigung. Man weiß ja nie. Eine Kiste kann ich mir auch mal craften. Das ist hier oben gerade irgendwas gewesen. Eine Kiste kann ich mir auch craften. Das wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Essen muss ich auch. Jetzt ist halt die Entscheidung zwischen... What tue ich? What tue ich? What tue ich? Eine Kiste bauen. So. Dann machen wir hier mal... Race Minimap. Waypoint. Waypoint Overlord. Und den nehmen wir... Zuhause in der Höhle. Höhle! So. Okay. Super. Jetzt ist das Ding immer mitten... Mitten direkt vor meiner Fresse hier. Egal, was soll's. Sorry. Ich muss hier ein bisschen mit Waypoints arbeiten. Ich checke hier gar nichts mehr auf der Map. Ähm. Ich wollte noch eine Kiste bauen. Genau. Das Ganze dafür brauche ich aber... Holz. Nehmen wir mal dort Holz. Und... Wir packen da mal ordentlich eine Kiste rein. So. Die Kiste stellen wir mal da hin. Und da kommt jetzt der ganze Schwert rein. Das heißt aber auch Holz. Die Spitzhacke. Das Schwert. Leder. Das Essen. Ich sollte einen zweiten Ofen noch bauen, schätze ich mal. Irgendwie wäre das, glaube ich, recht sinnvoll. Wenn ich hier noch einen zweiten Ofen hätte. So. Achso. Der ist schon leer. Das ist gut. Das heißt, ich kann das Fleisch da mal reinpacken. Weil das brauche ich auch unbedingt was zu essen. In der Zeit kann ich auch mal ein bisschen arbeiten gehen. So. Hier packen wir da mal eine Fakke hin. Schade, dass ich nicht mehr Eisen gefunden habe in dieser Hülle. Dass sie jetzt nicht so groß war. Aber gut. Was soll's. Ich habe auf jeden Fall genug Eisen gefunden. Wobei ich rede hier gerade eigentlich von genug Eisen. Und warum benutze ich das eigentlich nicht? Ich habe ein Schwert gecraftet. Das ist nett. Aber ich sollte mir vielleicht auch... Ich habe nur sechs. Habe ich nicht noch mehr gehabt? Hier ist mal ein Sieben. Kann ich mir doch glatten. Nein, Brustharnisch fehlt mir noch eins. Aber eine Hose kann ich nicht mehr. Eisenbeinkleid. What's all's? Besser als gar nichts, ne? Habe ich mal ein bisschen Rüstung zumindest. Oh, dieser Sound hier immer. Übrigens. Ich glaube, ich habe auch die Sounds. Nee, Geräusche. Was ist das denn? Habe ich hier irgendwie so ein Chatting an? Oder leckt mich am Arsch? Was ist das denn? Wer weiß das denn? Leute, kennt ihr diesen Sound? Ich kenne ihn nicht. Kommt jetzt zum Glück nicht allzu oft vor. Aber was ist das? Okay. Kohle. Ich brauche Kohle. Ich habe keine Fackeln mehr. Bing. Nach Gott. Soll ich schon auf der Kohle draufbleiben. Zum abbauen. Ein bisschen XP kriegen wir auch dadurch. Wunderbar. Na, einwandfrei. Das sieht doch ganz gut aus. Halt den Weg hier. Sollte ich mir auf jeden Fall frei halten. So, dann bauen wir gleich mal ein paar Fackeln. Holz habe ich ja noch genug. Ah, okay. Hier gibt es auch genug Kohle. Sollte jetzt erstmal nicht das Problem sein. Ich weiß nicht. Soll ich jetzt schon anfangen da draußen ein paar Leute zu jagen? Meint ihr, die haben schon Eisenschwerter und Eisenrüstung? Glaub schon, ne? Die werden dasselbe machen wie ich hier. Gut. So viel Kohle. Ich glaube langsam brauche ich keine mehr. Na. Zweite Richtung. Da gehen wir hin. Okay. Kein Mensch da. Ähm. Nein. Nein, das will ich doch gleich bauen. Ich bin so ein fauler Hund und baue mir jetzt noch eine Treppe hin. Einfach nur, weil ich es kann. Ach, scheiße. Hab ich ein bisschen falsch gebaut, oder? Der muss dann noch weg. Uns klappt das nicht. Und da auch nochmal. Guck mal. Ich habe so viel Zeit hier bei Hunger Games, dass ich mir Treppen bauen kann. Ich bin schon lässig drauf, oder nicht? Ja, ne. Erstmal hier im Untergrund muss natürlich auch eine ordentliche Treppe hingebaut werden. So. Na also. So will ich das haben. Okay. Ich habe zum Glück noch ein Schwert, ja. Also das war nicht ganz umsonst alles. Das Fleisch ist gebraten. Das ist gut, weil da pfeifen wir uns gleich mal ins rein. Ne. Das zweite heben wir uns nochmal auf. Und, ähm. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Jetzt habe ich schon vergessen. Fackeln, nicht wahr? Okay. Ich brauche dafür wieder Holz. Immer zwei. Ich glaube Sticks könnte ich immer ein paar mit mir rumtragen. Das würde nie schaden. Oder? Ein bisschen Tropenholz ist auch dabei. Wunderbar. So. Wir bauen uns nochmal ein paar Spitzhacken. Eine Schaufel können wir uns auch mal bauen, oder? Würde nicht schaden, denke ich. Okay. Gibt es hier irgendwas? Nein, gibt es nicht. Ähm. Okay. Wir schauen mal weiter. Wir graben uns weiter durch die Höhle. Habe ich jetzt eigentlich Fackeln gebaut? Ne, ne? Nicht Intelligenz-Bestiai. So. Das war, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich vor bin zum Crockeln-Table, um irgendwie Holz mitzubasteln. Und, ähm, ja. Ihr habt gesehen. Nichts draus geworden, weil ich es völlig vergessen habe. So. Und schon kommt die Schaufel zum Einsatz. Wunderbar. Da vorne klingt es wieder nach einer neuen Höhle, was sehr geil wäre. Zumindest sind da Zombies. Und Zombies heißen für mich immer... Was heißen denn Zombies für mich immer? Weil ich was erzählst, sind wir da für Bullshit. Naja, dass er da vorne in der Höhle ist, wollte ich euch sagen. So. Wir können mal mit dem Kompass abchecken, was hier los ist gerade. Okay. Nächster Gegner ist... Da. Sollen wir uns da mal rübergaben? Nö. Vielleicht ist er auch in dieser Höhle. Wer weiß. Wer weiß. Hier in der Nähe müssen doch Zombies sein. Könnte doch sein, dass ich hier gleich irgendwo auf eine Höhle treffe, oder? Sollen wir ein bisschen nach unten graben? Wir graben uns mal runter. Schwieriges Geräusch. Ich frage mich. Wahrscheinlich gehört es zu Hugga Games. Und da ich es schon so lange nicht mehr gespielt habe, weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es laut und es geht mir auf den Sack. Sterben da gerade... Ist da gerade Leute getötet worden dann? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich halte der Noob, ey. So. Komm, hier muss doch jemand auch gerade die so lauter Zombies... Oder... Oh, was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Bug. Das war gerade kurz grün. Dachte schon, ich hätte jemanden gefunden. Dann wäre ich ja leicht ausgeflippt. Aber, 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 aber... Heißt das nicht, ich bin hier auf der Höhe von jemandem gewesen? Oh. Boah, haben Sie sich denn seine Koordinaten da unten? Ist das normal? Hier sehen wir eigentlich noch. Gibt es hier diesen Command List? Ja, sechs Spiele. Wir sind noch alle da. Ich frage mich gerade, warum ich den Typ seine Koordinaten gesehen habe. Ist das normal? Na ja, geil. Wir graben auf jeden Fall hier mal einen Tunnel. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwann in der Höhle komme, aber... Hm. Ich müsste ihn doch jetzt schon erreicht haben, oder? Oh, geil. Habt ihr das gesehen da unten? Der wurde von Boxcraft getötet. Und dann ist er selbst gestorben, weil er sich wahrscheinlich irgendwie... Ja, umgebracht hat. Was denn sonst, Ralf? Was denn sonst? So. Noch drei Minuten bis zum Festmahlen. Okay. Ich glaube... Das sieht dann so aus, als würden wir teleportiert werden. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns noch mal lieber um Rüstung und um Schwert, als um hier jetzt noch großartig weiterzugraben. Drei Minuten ist jetzt nicht wirklich viel Zeit. Auf jeden Fall haben wir ein Eisenschwert, was schon mal, glaube ich, ganz gut ist. Diamanten, wenn es einer hat, dann hat er richtig Glück gehabt. Ich hab's nämlich nicht... Warum geht denn jetzt alle drauf auf einmal? Hier, was denn da los? Was kann ich denn mir mit Leder bauen? Mann, wenn ich jetzt das wieder wüsste hier. Was war denn eine Mütze nochmal? War schon wieder ganz vergessen, ey. Ich kenn mich schon wieder gar nicht mehr aus hier. Warte mal, Hose war, glaube ich, ein bisschen mehr als nur das hier, oder? Ah, doch, Schuhe. Cool. Immerhin. Immerhin. Ja, Oberkörper frei, würde ich sagen. Eins, zwei, drei, Oberkörper frei. Den Rest packen wir jetzt mal in die Kiste rein. Brauch ich alles nämlich nicht. Das Fleisch behalten wir mal. Mehr brauche ich ja auch gar nicht. Einen Pfeil kann ich mal mitnehmen. Gut, ich hab keinen Bogen. Ich werde jetzt auch keinen mehr basteln. Komm, der Spitzer geht mir auch noch mit, weil wir es können. Und dann nehm ich auch noch ne Fackel mit und mein Kompass natürlich noch. So, wir werden dann wohl auch gleich geportet. Hab ich jetzt die Schaufel mit dabei? Nö. Die Schaufel packen wir aber auch mal ein. Weil ich mich mal da durchgraben will. So, wir werden gleich zum Fest mal teleportiert. Warum ist es da oben nicht so hell? Ach, ich will nicht immer dieses... Ah, ich hasse das Zeug. Okay, ich werde gleich geportet. Ne, dann graben wir einfach noch ein bisschen. Wobei... War hier ne Höhle? Ne, da war die Kohle. Wobei das mir natürlich jetzt auch nicht mehr viel bringt. Weil ich so schnell das Zeug gar nicht im Ofen brennen könnte, denke ich. Ach, komm. Gab wir aber mal hier rein. Die sind irgendwo links von mir. Ich höre die auf jeden Fall links von mir, aber... Naja. Ich finde sie nicht. Ich sehe sie nicht und ich finde sie nicht. So, wie viele Minuten noch? Wir lassen jetzt zwei Minuten sein. Dann wird es, glaube ich, gleich losgehen. Noch eine Minute bis zum Fest mal. Ja, wird ordentlich reingeschlemmt. Da bin ich aber gespannt. Gut, in der Minute reiße ich hier nichts mehr. Und ich ganz sicher nicht mit dieser Gravelwand hier. Äh, Sandstein. Sandstein! Ach, ihr wisst denn, was ich meine. Ah, 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 ah. Hier auch nichts. Gut, wir waren jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, muss ich sagen. Hier mit dem... Ja, mit dem Graben in der Höhle. Ich würde mich jetzt mal auf das, äh, diesen... Noch 30 Sekunden. Ja, da futtern wir mal schnell was rein. Ich würde sagen... Hauen die... Ja, die Spitzhacke muss ich die weghauen. Eigentlich ist es ja völlig egal. So, dann wird es gleich losgehen. 20 Sekunden. Hauen wir alles weg, was ich nicht brauche. Und die Fackel auch. Und die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. 10, 9, 8, 7, 6. Gut, warum zähle ich eigentlich mit? 3, 2, 1. Episches Battle. Was, das Festmai ist erschienen? Super. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus auf diesem Server, wie ihr merkt. Keine Ahnung, was im Spielprinzip. Das Festmai ist erschienen? Geil. Äh, wo? Was ist passiert? Ich dachte, jetzt darf ich mich mit den Leuten schlagen. Man. Gar nichts darf ich hier. Scheiße. Warum ist hier so 3 Millionen, Trillionen Kohle, ey? Jetzt habe ich alles da hinten liegen lassen. Wo habe ich denn die Höhle überhaupt zugemacht? Naja, egal. Gut, wir graben weiter. Oh Mann, ey. Was für ein Schwachsinn. Was erzählst du da, deine Zuschauer? Naja. So, dann holen wir uns mal wieder. Also, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Was ist das fucking Festmai? Der war zu lange. Offline. Sag mal, sterben die? Wir sind noch zu zweit? Ja, hurra. Todesritter. Warte mal. Hier. Todesritter. Battle. Was ist denn hier mit meiner Schifffahrstil los? Hab ich die festgestellt, dass du an oder was? Der Kompass zeigt jetzt auf das Festmai. Ach, komm. Leute, was soll's? Oder? Da gehen wir jetzt hin. Ja. Danke, Herr Todesritter. Das finde ich sehr nett von dir. Dass du zumindest, ähm. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich hier rauskomme, Leute. Jetzt kommt der größte Witz an der Sache. Ich war doch hier. Bin ich hier nicht hier? Hat das jemand zugebaut von euch? Von den Säcken, ey, sag mal. Hat das wirklich jemand? Hat das jemand zugebaut? Oder bin ich einfach nur dumm? Darauf möchte ich natürlich keine Antwort als Privatnachricht oder sowas. Oder unter dem Video hier. Okay. Ich muss da den Ausgang wiederfinden. Hat mich da irgendjemand eingebaut, dann würde ich ja kotzen, ey. Ja, nee, da bin ich schon untergesch... Hat mich wirklich immer zugebaut, ey. Gibt's wohl nicht. Muss ich mich jetzt hochgraben oder was? Jetzt mal quarschen. Gut, das ist jetzt die höchste Stelle. Und hier ist, ähm, Kies. Ja, Kies heißt das Zeug. Ich glaube, da komme ich am einfachsten hoch. Ja, da ist schon mal Sand, dann ist es auch wahrscheinlich auch gleich Wasser und dann, ja. Bin ich wieder draußen. So einfach geht's. Ja, wirklich, ich kann die nicht abbauen hier. Was ist das, was wird hier los von der Rumgebagge hier? Na, komm. Da bin ich noch raus. So. Oh, an der frischen Luft. Alles klar. Okay, wo ist denn das Festmahl? Da drüben. Okay. Hm, ich laufe da jetzt mal hin. Mal gucken, was das ist für eine Scheiße. Der Kompass zeigt jetzt auf das Festmahl. Was ist der Typ da drüben? Was ist der denn? Jo. So. Der hat aber schon ordentlich Rüstung, muss ich sagen. Respekt. Boah. Ich glaube, ich verliere. Boah, alt. Boah, natürlich. Ja. Ihr seht hier. Ich habe auf dem Server von Minecraft-Games.de gespielt. What the fuck, sagt mal, Leute. Tränke, Dierschwert, komplette Rüstung. Leck mich am Arsch. Bin nicht schlecht in diesem Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mal mitspielen wollt oder gegen mich spielen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Kommt auf den TS vorbei. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.